Prozent guckt irgendjemand hin oder so weil er könnte nach dem Niederschlag und dann schnappen und dann weg und dann hier wieder rüberschleichen, hier rein, hier hoch, den Niederschlag, hier runter, da, rüber, da rein müsste gehen, oder? ist jetzt einfach mal jemand okay tut, was getan werden muss der weiße Mann ist schwach hoffen wir mal, dass ich den oh, ist das riskant, ist das so riskant, ist das so riskant, so riskant, so riskant, so riskant, so riskant, so aah aber es geht Bäm, mal dass das läuft wenn man kapiert, wie das Spiel sich die ganze Sache vorgestellt hat, dann ist das so viel einfacher okay, beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern oh, warte, hier war doch einer früher, oder? ja, in der du, Assi er hat, oh, was guckst du auf den Waggon? niemand guckt auf die Waggons weil, der stellt sich auch an, weil, ein normaler Mensch könnte hier drauf, der da rüber und dann so rufen nein, man muss ausruhen und da sieht man hier, der Dicke hat sich erkannt das sind immer die Dicken an dem müsste ich vorbeikommen, wenn ich kriege das müsste schon gehen, aber der pufft hier ein, und dann läuft der hier vor nur guckt der dann hin das ist ja so der springende Punkt Kriegsschrei kann ich auch nicht machen, Tomahawk fällt sowieso aus der sieht's, das ist das gemeine, der sieht das oh, scheiße, hier bin ich wieder ah, das heißt, er hat das sogar reingeguckt das heißt, er hätt's gesehen, wenn ich den da nicht weggeräumt hätte der Weg liegt klar vor Hawkeys Augen das ist ja nur einer, der da jetzt trennt Schüsse! Beschissene Schüsse! Schüsse! Tracks! Beschissene Schüsse! Ach, das ist, das sind die Dicken ich sag's ja Was soll der Scheißlärm? Vielleicht sollte ich auch einfach dies oder der Reihe nach wieder schlagen geht das so, zack, zack, zack das wär so richtig lustig Was so, so, sooo, mit dem Klang erahnt ich würde ich absoluten Schüsse Schüsse! 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 Das geht also nicht durchwiesst Hawkeys Adern aber wie wär's einfach nur leise also nur so oh, das klingt die alle mit das gibt's stöhne von derisch, eindeutig zu laufen durchwiesst Hawkeys Adern Eindeutig, der stöhnt eindeutig zu laut Hawkey ist leise wie eine Katze Haw ich muss hier lang da bleibt mir da nichts anderes wie früh aber vielleicht äh, hol ich einfach mal Sam und Sanchez her die müssen ja auch hier irgendwo hin und mit denen könnte ich's vielleicht erschaffen und ich mach nur so Haw das ist irgendwie scheiße Hawkey Na ich muss halt echt mal hier speichern, wenn ich hier oben bin das ist halt jetzt kein Dach weil er da so blöd reingucken kann Welchen Pfad soll Hawkey als nächstes beschreiben Das ist irgendwie scheiße Nein, das ist alles unruhig Nein, das ist alles unruhig Schüsse! Wenn ich das genau time während, wenn er quasi auf halbem Weg hochklettert während er sich umdreht auf halbem Weg hochklettert einfach immer quicksafen Hawkey tut was getan werden muss Ja, toll es ist genau abgestimmt mit dem Zigeuner, der da ist Du Zigeuner Das heißt, es geht nicht nur weil der da euch macht Der läuft so selten, ne? Natürlich genau dann Liegt der das? Hawkey ist kein Adler Der Weg liegt klar vor Hawkeys auf Der kann hier auch irgendwie drauf gucken, der Ass Ja, ich denk mal ich bleib hier einfach stehen und wohl dann Ghostbusters Schon wieder der Das gibt's doch nicht Der ischt da ja immer Weißt du, willst du einmal dass der da nicht ist und dann ischt der da immer Warum kriegt der das überhaupt mit? Egal Ich lass den da jetzt einfach stehen Ich stell den da so ganz in die Ecke hier rein und zieh den niemand Und jetzt geht's einfach NOOOO Oh, ich bin nicht gelaufen noch. Gelaufen bin ich. Ganz ehrlich, bin ich nicht sicher. Alter, ich kann nicht. Nicht sicher. So. Mach mal hier lieber weiter. So, dass es wir hier machen. Hier rum. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Im Prinzip, der den gleichen Weg einfach zurückgehen hat. Hier. Hier ist wenig los. Der patrouilliert hier rauf und runter. Niemand. Hier ist niemand. Dort ist niemand. Das lässt sich eigentlich ganz wenig. Ich muss nur die drei hier ausschalten. Oder mich einfach vorbeischlagen. Das geht nicht. Der steht ja da wie der letzte Erpresser, oder? Aber wir könnten mal Tequila benutzen. Der guckt sich nämlich so schön rum. Hier, den da wer... Und dann zu zweit. Zwei kann ich ja wieder ausschalten. Das geht ja alles. Ach so. Schau an. Wie er halt erst den Tequila zieht und Samen nicht. Angekommen. Ja, okay. Dann brauche ich ja keinen... Muss ich ja den Tequila benutzen, klar. Dann kann ich die beiden hier einfach in Big Edge abfalle. Oder blatt machen. Kaboom! Oh, Sam. Sam, du... Stunches. Du trampeltier. Das geht doch auf. Keine Kuhhaut. Was der... Der immer trampelt. Legt der das? Ja, gut. Nööööö. Geh mir halt auf den Sack. Das geht da weg. Geh da weg. Ach so. So, das ist das. Der geht ja... Der verschwindet ja gleich. Und dann... Quick Action. Hier vor dir läuft doch... Rief doch irgendjemand. Ach, das ist der. Der läuft hier im Kreis. Ich glaube, den anhöre ich mir einfach mal. Nein, ich habe doch jemand anderes gesehen. Scheiße. Was gibt's? Wer denn? Du da? Nein. Du da, nein. Ach, du da. Ja, aber nur ganz knapp. Oh ja, schnell, schnell! Ach, der läuft wieder zurück. Ja, dann ist es egal. Scheiße. Dann ist ja durch, wenn der zurückläuft. Das müssen wir einfach nur warten, bis der sich in Bewegung setzt. Dass der auch die Gosch kriegt. Und dann... Schnappen wir uns hier den Tequila. Der dürfte kostenlos sein. Ohne groß Aufwand. Der hat mich lieber kostenlos. Das ist gut. So. Es fassil. Guck, guck. Mach ich. Da me passo. Also, das ist das. Guck mal in die Magier hin. Schneller geht's nicht. Zu viele Muskeln. Kabuum. Oh Mann. Habe ich schon mal gemacht. Sie kommen. Na, knapp wie am Schnürchen. Jetzt komm ich. Amen. Oh, da kommt jemand. Bitte guck dich. Guck nicht dahinter. Guck. Tu's nicht. Aber der kommt. Kugeln für mein Baby. Oh, oh, jetzt aber. Ich hab daneben geglückt. Oh, ich hab daneben geglückt. Oh. Daneben geglückt. Gehen wir's an. Ich darf zu können. Es platz mit Pfannkuchen. So, das war's. Hier, 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 hier. Jetzt kann ich wieder schießen. Der da hier kommt. Der hier sitzt. Der hier nicht. Noch nicht. Vielleicht später irgendwann. Aber vorher hab ich mich gar nicht weggebracht. Ich hab schon wieder... Ne, war... Ah, daneben geklickt. Das... Alter, gar nicht mehr. Das geht doch so nicht, oder? Einfach... Das ist so krank daneben gucken. Na, also. So, komm mal mit. Das ist echt das Gemeine. Hier laufen hier extrem große Routen Patrouille. Das heißt, wenn man nicht aufpasst... Und irgendwo jemanden liegen lässt... Ich denke mal, hier ist sicher, weil hier haben die sich versteckt. Hier wird wohl nie jemand hinkommen. Das wäre nämlich ziemlich assi. Weil da verbringst du ewig Zeit mit... Äh, Hawkey da hinten. Und irgendwann... Wurde Alarm geschlagen, weil... Mich einer in meinem Versteck... In meinem Startversteck entdeckt. Dementsprechend wird hier schon sicher sein. Also, Tequila-Bürms. Den kann ich auch noch wieder... Den kann ich auch noch wieder... Den kann ich auch noch relativ leicht. Nicht relativ leicht. Oh ja! Schnell, schnell! Schnapp dir einfach den Tequila und es kommt wieder der. Riecht gut. Gut. Es kommt wieder die... Nee, da hat's nicht gemalt. Sehr gut. Aufgeräumt. Ah, jetzt kann ich den hier wieder hauen. Ich komme! Ich habe niemanden im Blick. Das ist hier so ein stärkerer und der hier auch. Keine Ahnung, da hat er so eine Hute. Ist einer mit Huten? Da ist was im Husten. So. Oh ja, schnell, schnell! Ich habe hier hinten ein grauschiges Plätzchen. Nein! Oh, wie am Rand des... Ja, am absoluten Rand des Huten. Rende doch nicht so aus. Das ist das Schlimmste. Sanchez ist einfach so laut. Das Spiel wäre so viel einfacher, wenn Sanchez nicht so laut wäre. Aber... Ja gut, dafür Sanchez halt... Dafür macht er halt One-Hit quasi. Oder halt... Der schlägt einen halt dauerhaft nieder. Gut, Hawkey kann das auch. Aber Hawkey ist auch so ein Ninja unter den Leuten hier. So, das gucke ich mal live an. Was war denn das? Tschüss, Chef! Naja, ich vergesse es wieder. Ich fahre wieder in alte Muster und vergessen. Hier suche ich einen schönen Kopf zum Knacken. Alte... Alte dreckige Muster. Im Knien. Der kriegt einen Stein an den Kopf jetzt. Und dann renne ich einfach hin und schlage den Sohn wieder. Und die beiden auch, die kann ich ja eh scheiße. Das ist ja wisch. Die stehen da halt. Die stehen da ja nur. Oh, da fällt mir das nicht. Jawoll. Ich hab dran gedacht. Tschüss, Chef! Oh oh, jetzt aber vor... Gah! Ich will doch gar nicht rennen. Ich will dem einfach nur den Stein an den Kopf werfen. Oh, sind meine Muster schon wieder gewachsen? So, lauf mal hin. Oh oh, jetzt aber Vorsicht. Der hat ihn grad im vorübergehen erschossen. Oh ja, schnell, schnell! Hinlegen, Maul halten. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Das ist wahrscheinlich die Stärke von denen. Die sind einfach verdammt. Jetzt haben's... Warum? Grad eben ging's ja. Vorhin hab ich den doch einfach so runtergeschlagen. Einfach so? Kein Problem! Oh, jetzt ist der wieder... Jetzt hab ich's einmal nicht gemacht. Dem den Stein an den Kopf geworfen. Ja, aber der Stein ist da genau richtig. Ja, danke schön. So... Kabuum! Das mach ich mit links! Ich hoffe, es ist keiner. Schön langsam! So ein Haufen... Haufen Elend. Wie in alten Zeiten! Ha! Einfach Sam fragen! Das mach ich mit links! Ah! Einfach Sam fragen! Für meine Winchester! Was ist jetzt? Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln! Sehr schön! Na jetzt haben wir's doch schon wieder fast! Jede Menge Leute wieder aufgeräumen. Das müssen wir aufpassen, weil die da hinten ja so böde rumstehen. Aber ich leg die mal hier hin. Das wird relativ safe sein. Dann schnapp ich mir den hier noch. Man kann ja nie wissen, weil... Die könnten halt... Ach! Das ist doch ekelhaft! Das war einfach Sam fragen! Jetzt kann ich wieder schießen! Wie ich halt immer auflieg, weil Sam so ein verdammter Trump... Sanchez so ein verdammter Trump ist. Und ich muss die aufräumen. Ich wollte's grad sagen. Das Problem ist, wenn ich die halt mal nicht aufräume und locke irgendjemand mit Tequila irgendwo hin und der sieht den dann... War wieder, waren wieder Stunden des Spiels final. Gefühlt. Oh, der zieht einen Radius. Das ist irgendwie auch gleich cool. So, wo ist der? Hier läuft einer Patrouille. Hier ist noch Tequila. Dann haben wir ja nicht jede Menge Tequila. Das ist ganz gut. Die Dicken sind allerdings immun dagegen. Das ist ganz schlecht. So siehst du aus. Natürlich sieht der das, gell? Ja, diesmal geht's nicht. Weil ich mich nicht... Weil ich mich am Anfang nicht verdrückt habe. Hab ich schon mal gemacht. Er hat erstmal genug. Okay, komm, jetzt gehen wir halt das Risiko einfach mal ein. Ich mein, jetzt hat's der eine ja gesehen, weil ich ihn versteckt hab. Jetzt lauf mal dahin. Schneller geht's nicht zu viele Muskeln. Schneller geht's nicht zu viele Muskeln. Ohne zu viel Laum zu machen. Schneller geht's nicht zu viele Muskeln. So. Schön langsam. Jetzt du, du. Jetzt du. Du. Du könntest stören, bist aber leicht zu entsorgen. Schneller geht's nicht zu viele Muskeln. Ah, der alte Sanchez ist einfach zu laut. Das muss ich aufpassen, aber im Saloon dürfte das nicht so das Problem darstellen. Ah, okay, also er stehen da. Er stehen da, dann den da, wobei ich den auch echt nicht mal zwingend brauche. Oh, oh, jetzt aber Vorsicht. Ninja! Ich komme! Oh ja, schnell, schnell! Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Kein Problem. Ich kenne da ein ganz... Wie soll das gehen? Oh ja, schnell, schnell! Ich kenne da ein ganz tolles Versteck. Oh, das bist du. Oh, du bist auch gefährlich. Aber du läufst da ab und zu mal rauf. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber so bin ich auch noch nicht. Schön langsam! Also Legend. Legend könnte man fast sagen. Aber noch fast. Du bist praktisch unpraktisch, aber nicht unumgehbar. Bin ich hier richtig? So ist wieder nix. Kunst der Geier! Kein Problem! Schade, ich wollte schon... Ich hab gedacht, dass sie da nicht wird. Tja, ja. Eigentlich könnte er da liegen bleiben. Und das... Ich lass den da jetzt... Oh ja, schnell, schnell! So, ich kann mich hier... Ich soll noch nicht bewegen. Ich soll noch nicht bewegen. Ich kann mich hier noch bewegen. Hier ist niteroglycerin, aber niteroglycerin kann ich ja wohl immer so gar nicht brauchen. Das könnte ja Leute am Ende umgehen. Also der hier wird immer wieder gesehen. Hat jemand einen Plan? Hm... Oh ja! Schnell, schnell! Ah, guck, jetzt hab ich mal ne Idee. Bin ich hier richtig? Angekommen! Wenn der sich jetzt hier unten hinstellt... Hau ich den aus dem Maul. Ganz einfach. Und dann lauf ich hier und lauf dem aus dem Maul. So, der liegt da wunderbar. Und deshalb komme ich auch in die Lockdown. Einfach hier so lang. Und das heißt, wenn ich den hier niedergeschlagen habe, kann Sam da oben rum. Bitte lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Das ist gut. Oh, schön! Ich könnte jetzt auch den... Da hin benutzen, aber ich lass es mal. So, jetzt muss eigentlich nur noch... Ich muss eigentlich nur noch du hier hin. Komme ich jetzt einfach so hin? Das war einfach! Ich weiß es, ich probier's einfach mal. Jetzt wird's lustig! Oh oh, jetzt aber Vorsicht! Ah, verdammt! Ich bin Pablo Sanchez! Das heißt, der sieht den. Der sieht den. Was soll Sanchez machen? Das ist natürlich sehr unsexy. Aber der könnte auch nicht... Stein ankommen. Ach der hat... Ach scheiße, der hat nur Samen gesehen. Ich dachte, der hat den Toten... Den... Den Ohnmächtigen gesehen. Gut, obwohl der auch in der Luft schwebt. Aber ich denke mal nicht, das Spiel ist so asiisch. Und das dann auch noch was passiert. Ah, okay, okay. Dann war das nicht so ein Fass. Ja gut, dann ist ja okay. Und dann kannst du dich eigentlich hier auch einfach reinschleifen, Sam, oder? Wenn Sam das kann... Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Kabuum! Nee, da ist einer, Alter. Das kann ich nicht bringen. Spaltener Zunge. Kabuum! Ich komme! Guck! Der hat den Aus... Der hat es ausgehalten. Das ist das Problem an dem. Das ist das Problem an dem Dicken. Scheiße! Spaltener Zunge. Habe ich es geschafft. Ja, diesmal habe ich es geschafft. Gleich mal wieder überspeichern. Ach, da stehen sogar zwei Spalierler. Kann ich dir mit... Der sch... Der reagiert nicht auf... Aber eine Quick-Action dürfte das hier machen. Egal, jetzt machen wir erstmal dich. Erstmal dich. Weil das wird jetzt relativ einfach sein. Steht der da oben gerade? Dann warten wir dann nicht, bis der da... Ah, der ist da. Gerade ist. Probieren wir es einfach. Was soll der... Horki wird sich den Sculpt des weißen Mannes später holen. Ja, genau. Möge Manitou mir Kraft schenken. Kein Astbett brechen. Kein Vogel auffliegen. Ja, hauptsache der verpisst sich. Das ist sehr schön. Machen wir einfach. Gehen wir einfach nochmal hoch. Und hauen dem aufs Maul. Dann haben wir einen Quick-Safe. Und den hier. Den kann man ja... Kann ich ja mit Stingsbums abräumen. Horki tut. Horki ist leise wie eine Katze. So, hinlegen. Gut. Das ist auch einfach ein eingespieltes Team, oder? Ich mein, das macht doch ein gutes Team aus. So. Ich mein, die wissen ja voneinander, wer wem im Weg steht und was zu tun ist. Blind. So, ich hab jede Menge Steine. Ich glaub, die setze ich jetzt einfach ein. Ich brauch's ja jetzt eh nicht mehr. Einen Stein für dich und... Einen Stein für dich. Einfach mal probieren. Das einzige was ist, dass der's gehört hat. Toll. Okay. Nein, nein, nein. Schon nicht. Aber wir könnten eine ganz gute Komp... Ah, warte mal. Karamba. Also das... Das hört... Das hört der. Das ist natürlich schlecht. Aber... Ein Stein an dem seinen Kopf... Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Schneller geht's nicht. Zu viele Muskeln. Es versiehlt. Jetzt aber Vorsicht. Oh ja. Ja, wenn... Na, na. Schon sehr suboptimal. Der hat voll den Knicket-Optik. Seht ihr das? So, jetzt. Oh oh. Jetzt aber Vorsicht. Nein. Ach komm. Das wird so schön... Das würde so schön gehen. Da ist was im Busch. Was ist denn jetzt passiert? Auf magische Weise hat es... hat Sami es jetzt nicht geschafft den niederzuschlagen. Oh oh. Jetzt aber Vorsicht. Warte, er hört das. Okay, jetzt versuchen wir mal doch die Quick-Action. Yippie-yippie! Ha ha! Das mach ich mit links. Gut dann, also los! Oh, jetzt aber Vorsicht. Ich hab's erwischt. Was? Das geht auch nicht. Also! Ha! Sind meine Muskeln schon wieder gewachsen? Jetzt eben. So. Na, also die sind lang genug niedergeschlagen. Ich geh jetzt einfach in den Lock. Die hat auf beiden Seiten einen Eingang. Und Horkey macht es jetzt einfach auch. Horkey ist leiser, meine Katze. Dann haben wir's doch. Jawoll. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ich hab's. Wir haben's. Wir haben's. Wir waren ihre Helden leiser, nie tödlicher. Schleichmedaille. Geil. Haben wir geschafft. So, jetzt... Ah, jetzt kommt hier eine neue Mission, gell. Mission, neue Mission und dann werde ich diese Aufnahme-Session auch erstmal beenden, denn noch nimmt alles schön berat und weiss ich auch, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ein günstiger Zeitpunkt für einen Überfall. Finden Sie nicht auch, Mr. Cooper? Alles wäre einfacher, wenn es das Missverständnis mit den Steckbriefen nicht gäbe. Du bleibst hier. Ich gehe zu dem Haus dort drüben, auf der anderen Seite der Bank. Von dort aus müsste ich sowohl die Wachen am Vorder- als auch am Hintereingang beobachten können. Pass auf, mein Schatz, dass sich keiner sieht. Oh, was müssen wir jetzt denn machen? Ähm... Jetzt sind wir mit Ausblick. Also allgemein. Also... Cooper, Kate und Doc sollen in Santa für ein Geldtransporter überfallen, der dort Station macht. Cooper kundschaftet die Bank aus, doch leider werden ihre Helden von Kopfgeldjägern gesucht, gegen die sich notfalls mit ihrer Waffen zu ersetzen müssen. Also das heißt, sie darf ich abballern. In der Stadt gibt es ein Hotel, von dem aus engen Wangen wir erschleichen. Okay, wie mache ich das dann am Sinnforschen? Ähm... Den kriege ich mit dem Wurfmesser ausgeschaltet, den kriege ich niedergeschlagen. Aber egal, die Aufnahme ist für heute zu Ende. Genug aufgenommen. Sind auch schon weit gekommen, relativ schnell. Ich meine, ich habe das jetzt schon... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Ich werde das jetzt noch schneiden und rendern. Werde ich das jetzt noch tun? Ja, ich denke, ich werde das jetzt noch tun. Geht ja mittlerweile relativ zügig. Warum erzähle ich das euch überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Eldorado.